Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und auf diesem Thumbnail, das du hier gesehen hast, steht, mein Geist ist mit ... beschäftigt. Und das trifft genau, was Jesus in dieser Lektion aufzeigt, dass mein Geist nämlich mit gar nichts beschäftigt ist und damit auch überhaupt nichts versteht, weil du dich ja mit dem beschäftigst, von dem du glaubst, dass du es verstehst. Aber wenn du dich mit nichts beschäftigst und glaubst, es zu verstehen, dann hast du wirklich einen leeren Geist und verwendest deinen Geist nicht auf die Art und Weise, für die er erschaffen wurde. Und gehen wir hier mal rein. Dieser Gedanke ist der Grund dafür, weshalb du nur die Vergangenheit siehst. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Ich sehe das, was ich denke. Der Gedanke kommt vor dem Sehen. Niemand sieht wirklich irgendetwas. Und das ist ein feststehender, alleine stehender Satz. Denn hier steht nicht, niemand in der Welt sieht wirklich irgendetwas. Oder niemand, der glaubt, ein Mensch zu sein, sieht wirklich irgendetwas. Sondern niemand sieht wirklich irgendetwas. Wir sind hier tatsächlich in einer, sagen wir mal, Umhüllung oder Umnachtung des Geistes, in der Sehen bedeutungsvoll scheint. Aber wenn du erschaffen bist als Schöpfer und deine einzige Funktion in Wahrheit, und es gibt nur Wahrheit, erschaffen ist, dann spielt Sehen gar keine Rolle in Wahrheit, sondern nur Erkenntnis dessen, was du bist und was deine Funktion ist. Also niemand sieht wirklich irgendetwas. Er sieht nur seine nach außen projizierten Gedanken hier in der Domäne von Trennung. Die Beschäftigung des Geistes mit der Vergangenheit ist die Ursache für die falsche Auffassung von der Zeit, an der dein Sehen krankt. Und okay, also hier sind die Punkte, die uns nicht bewusst sind. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und das ist die Widerspiegelung meiner falschen Auffassung von Zeit. Ich glaube, dass die Vergangenheit jetzt passiert. Und daran krankt mein Sehen. Also ich bin nicht in der Lage, eine neue Art des Sehens zu erfahren, gegenwärtig, wenn ich in vergangenen Gedanken bin. Dein Geist kann die Gegenwart, die einzige Zeit, die es gibt, nicht erfassen. Er kann deshalb die Zeit nicht verstehen und kann tatsächlich gar nichts verstehen. Und das ist eine interessante Lage, in der der Gottessohn zu sein scheint. Denn hier brauchst du einfach eine Lösung. Und Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht die Lösung schon bereitgestellt hätte und in voller Gewissheit weiß, dass diese Alternative bereits nicht nur in dir ist, sondern in dir schon verwirklicht wurde, am Ende von Zeit. Aber hier in der Landkarte deines Geistes, im Erwachen, in dem Moment, in dem wir uns gerade befinden, in Lektion Nummer 8, schauen wir uns an, wie du deinen Geist ausrichtest, um zu sehen, um wahrhaft zu sehen, um wahrhaft zu sehen mit dem Heiligen Geist und von dort aus über die Schranke der Wahrnehmung gehoben werden kannst, zurück in Erkenntnis. Der einzige gänzlich wahre Gedanke, den man in Bezug auf die Vergangenheit haben kann, ist, dass sie nicht da ist. Die Vergangenheit ist nicht da. Das, was ich sehe, glaube zu sehen, ist nicht da. Das, womit ich meine Gedanken füttere oder worüber ich in meinen Gedanken nachdenke, ist nicht da. Die Vergangenheit ist nicht da. Überhaupt über sie nachzudenken, ist daher ein Nachdenken über Illusionen. Und das ist nicht so schwer zu sehen. Denn das, was du gerade in deinem Geist hast, das, worüber du gerade nachdenkst, das, was du gerade urteilst, was du gerade versuchst einzuordnen, ist ja nicht da. Sondern du konstruierst nur Konstrukte und versuchst, irgendwie diese Konstrukte für dich bedeutungsvoll zu machen. Und versuchst herauszufinden, wie du das jetzt sehen sollst und verstehen sollst. Aber es ist eine Aktion im Geist, eine Bemühung im Geist, in der bekannte Illusionen neu zusammengesetzt werden sollen, um in den Rahmen der bekannten Illusionen zu passen. Okay, ich hoffe, ich werde nicht zu abstrakt hier. Ich muss aufpassen. Machen wir einfach weiter. Sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Okay, also hier ist ein Licht im Dunkeln. Das heißt, hey, wenn du sehen würdest, was es bedeutet, dich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sie sich bildhaft vorzustellen oder sich die Zukunft vorwegzunehmen, also zu antizipieren oder Voraussicht walten zu lassen, dann ist es sozusagen eine Fessel, die du deinem Geist auflegst und an die du dann glaubst als Wirklichkeit, dass darin gar nicht mehr erkannt werden kann, wie sehr das den Geist benebelt und er nicht erkennt, wer er ist. Der Geist ist tatsächlich leer, wenn du das tust, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Der Sinn und Zweck der heutigen Übung ist, langsam deinen Geist zu schulen, damit er merkt, wenn er gar nicht wirklich denkt. Solange dein Geist mit gedankenlosen Ideen beschäftigt ist, wird die Wahrheit blockiert. Erfassen, dass dein Geist bloß leer war, statt zu glauben, er sei von wirklichen Ideen erfüllt, wichtigen Ideen, wichtig für dein Überleben, wichtig für die Planung deiner Zukunft, wichtig, um deine Beziehung einordnen zu können und sehen zu können, wie du darin bist oder wer du darin bist, wo deine Stellung ist und so weiter. Zu sehen, dass das eine Beschäftigung mit nichts ist, ist der erste Schritt dazu, der Schau den Weg zu öffnen. Die heutigen Übungen sollten mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Das deshalb, weil du tatsächlich nichts sehen kannst und es so leichter zu begreifen ist, dass du nichts siehst, wie lebhaft du dir deinen Gedanken oder einen Gedanken auch bildhaft vorstellen magst. Erforsche deinen Geist so unbeteiligt wie möglich, etwa die übliche Minute lang, und nimm die Gedanken, die du dort findest, lediglich zur Kenntnis. Benenne jeden nach der Hauptperson oder dem Hauptthema, die darin vorkommen und geh dann zum nächsten über. Leite die Übungszeit ein, indem du sagst, ich scheine gerade über nachzudenken. Ich scheine gerade über das Praktizieren dieser Lektion nachzudenken. Ich scheine gerade über die Gestaltung meines Tages nachzudenken. Nenne dann jeden deiner Gedanken konkret, zum Beispiel, ich scheine gerade über Benenne eine Person, über Benenne ein Gegenstand, über Benenne ein Gefühl nachzudenken, und so weiter. Und beschließe die Erforschung deines Geistes mit den Worten, aber mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Das kann vier- oder fünfmal am Tag durchgeführt werden, außer du stellst fest, dass du gereizt wirst. Also ein Gefühl von Muße ist nötig bei diesen Übungen. Wenn du es anstrengend findest, reichen drei- oder viermal aus. Und vielleicht kannst du deine Gereiztheit oder was auch immer die Lektionen dir auslösen, in die heutige Lektion mit einbeziehen und deine Geistesserforschung. Und vielleicht kennst du das, wenn du in Situationen bist, in denen du nicht wirklich dich wohlfühlst oder eine komische Rolle zu spielen scheinst, oder einfach in Gefühlszustände kommst, die der Situation nicht angemessen erscheinen, oder die dich davon abhalten, wirklich in Verbindung mit denen zu sein. Heute in der Aleph-Session fehlt die Idee von, dass es peinlich ist oder blamierend, dass du peinliche, blamagevolle Momente erfahren kannst. Und ich hatte eine Periode in meinem Erwachen, in dem ich nur in solchen Situationen war, wo ich mich ständig in Rollen wiederfand, in denen ich dachte, ich glaube, ich bin hier total überflüssig, ich scheine hier nicht wirklich hinzugehören, es ist eine komische Energie hier und jetzt kann ich aber nicht anders als hier zu sein, also sorry, ich bin jetzt irgendwie hier und das waren häufige Zustände, die ich erfuhr und auch Zustände, in denen ich sozusagen in einer sozialen Situationen mich wiederfand, in einem Gespräch oder in einer Gruppe und ich einfach nur beklommen war, also Angst vor dem anderen hatte oder ja irgendwie meinen Gedanken verfangen und ich dem Gespräch gar nicht wirklich folgen konnte, ich aber nach außen hin eine gute oder zumindest eine einigermaßen wie sagt man gesettelte Erscheinung abgeben wollte, also einigermaßen vernünftig nach außen wirken wollte, um dem anderen nicht merken zu lassen, wie irritiert ich eigentlich innerlich war und das sind Momente, die wirklich mit dem Geistestraining in eine neue Wandlung gehen, weil du kannst darin wählen oder was ich gemacht habe, ist, dass ich sehr schnell gelernt habe, dass ich die Energie des Unwohlseins, die Energie der Irritation einfach nutze, anstatt mich getrennt zu halten oder es versuchen zu verstecken, ist es einfach nicht, ich öffne meinen Geist einfach dafür, dass die Energie da sein kann und dass sie sich in mir wandeln kann, denn da will sich ja was bewegen, dass es dem Heiligen Geist übergeben werden kann. Mein Geist oder ich scheine gerade über ein Beklommenheitsgefühl nachzudenken, könnte man hier die Lektion mit reinnehmen, aber mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt, das öffnet deinen Geist, damit der Heilige Geist wirklich in deinem System, so wie du dich erfunden hast, ein Bild von dir halluziniert hast, auch ein emotionales oder energetisches Konstrukt eines Bildes und das aufheben kann und die Gedanken, die das hervorgebracht haben, an ihren angestammten Platz in deinem Geist zu bringen, also dass du wirkliche Integration erfährst und das dauert so lange wie es dauert und es sind Lektionen, in denen du einfach alte Entscheidungen wieder begegnest und diese alten Entscheidungen aufheben lassen kannst, in denen du hier diese Tageslektion anwendest oder einfach sagst, ich Wunder stattdessen und vor allem sind das Momente, die wirklich untypisch für deine Einschätzung für dich sein können, also bei mir sind zum Beispiel Momente, ich bin relativ nach außen hin, unemotional, würde ich mich zum Beispiel einschätzen, aber vielleicht nicht, aber es gibt Situationen, in denen ich einfach auf dem öffentlichen Platz, auf dem Bahnhof wirklich einfach nur in Tränen ausgebrochen bin, weil die Umwandlung in mir mir einfach gezeigt hat, ich kann hier gar nichts zusammenhalten, ich kann hier, ich funktioniere nicht in der Welt, die Welt scheint irgendwie ihr Ding zu machen und jedes Quäntchen Energie, was ich da reinverwende, um hier reinzupassen oder irgendwie gut zu sein oder die Dinge hinzukriegen, ist zum Scheitern verurteilt und scheitert tatsächlich, ich kriege hier keine wirkliche Kommunikation hin, ich kriege hier kein vernünftiges Leben hin, das sind Momente, in denen Wunder erfahren werden können auch, es sind keine peinlichen Momente, sondern wenn du es wirklich sozusagen in einer Gewissheit oder in einem Vertrauen zulassen kannst, dass das eine Wandlung ist und dass dieser Moment gerade genutzt wird, dann erfährst du etwas Unerwartetes und ich hatte das Glück, dass in diesen Situationen immer auf die eine oder andere Art und Weise jemand an meiner Seite war, der einfach mich an der Hand halten konnte und was passierte war, ich hatte zwei Situationen an Bahnhöfen zum Beispiel, wo dieser innere Kollaps würde ich es nennen, wirklich mir gezeigt hat, dass ich ersetzt wurde, ich wurde innerlich ersetzt, also mein altes Bild von mir wurde ersetzt es wurde Platz gemacht, ein Konflikt ist aus meinem Geist verschwunden und der gesamte Bahnhof hat mir einfach nur Stille reflektiert, jeder der da war, war nur für mich da, natürlich nicht auf der, sagen wir mal, es kam nicht jeder auf mich zugerannt, sondern ich wusste, jeder war nur für diesen Geisteswandel da und jeder wartet nur auf diesen Geisteswandel, der in mir stattfindet und bestätigt ihn, es war wirklich die Erfahrung, dass es unmöglich ist, dass der Frieden Gottes abwesend ist, denn der ganze Bahnhof hat mir das reflektiert, jeder der da war, weil mein Geist nicht mehr im Konflikt war und das ist, was Jesus lehrt, natürlich denken wir, es wäre schön, wenn ich den Frieden Gottes auch anders erfahren könnte, wenn es nicht mit einem Kollaps einhergehen muss und muss es auch nicht, aber wenn es das tut, wenn es so eine intensive Wandlung in dir ist, dass es wirklich einmal in dir zusammenzufallen scheint, dann hab einfach keine Angst, du musst das auch nicht aktiv hervorbringen, das kann man auch nicht, aber sollte das der Fall sein, keine Sorge, da ist immer jemand da, auch wenn du denjenigen nicht sehen kannst, der deine Hand hält und dich ganz sanft durchführt, ganz sanft, es passiert gar nichts, es wird nur ein alter Krampf vom Geist genommen und es ist nicht wirklich peinlich, sondern es ist einfach nur jeder da, um deine Unschuld zu reflektieren, da ist niemand da, der sagt, guck mal wie doof du gedacht hast, oder guck mal wie blöd du bist, du bist das ja alles gar nicht, sondern es wird einfach nur die alte Lektion, die alte dunkle Lektion verlernt und sie war nie und und das ist was dieses Übungsbuch hervorbringt, dass wir sehen, hey, mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt und sie werden im Laufe des Übungsbuches ersetzt durch etwas komplett Neues und das ist was gegenwärtige Kommunikation ist und hier sind alle, hier sind alle, du bist geliebt, du brauchst gar nichts tun, um geliebt zu sein, du erfüllst hier deine Funktion und heute hat mir jemand, ich hasse noch einen Moment, wir sind in der Überstunde, heute hat mir jemand Claudia aus Köln ein Zitat von meinem Kursfilm geschickt und da ist ein Zitat, das heißt, du musst dich nicht verändern, du bist bereits so geliebt, wie du bist, du musst nicht noch auf irgendeine Art anders sein, du bist schon vollkommen geliebt und erfüllst hier in der Welt deine Aufgabe, dich glücklich macht und das ist, was eine tatsächliche Erfahrung wird, die komplett alles ersetzt, was du jetzt glaubst, was jetzt ist und im gegenwärtigen Moment eine Erfahrung öffnet, die das jetzt kommuniziert in dir als neue Qualität von Transformation, von Dankbarkeit, von Zuwenden, zu wahrer Bedeutung in dir und den Frieden Gottes in deinem Geist leuchten lässt. Ich danke dir, wir sehen uns in diesem Moment, Gott segne dich, Gott segne uns alle, jeden einzelnen und wenn dich der Kursfilm interessiert, ich packe den Link, den YouTube-Link zu diesem Film unter diese Beschreibung oder in die Beschreibung unter diesem Beitrag. Alles Liebe, wir sehen uns buchstäblich hier und jetzt als der eine. Wir sehen uns Vielen Dank.